Was die Integrationsproblematik betrifft, wir wissen ja, wir haben in den letzten Jahren eine Massenzuwanderung erlebt in Österreich, 2015, verschuldet von der SPÖ in erster Linie, wo wir Riesenprobleme haben, aber auch mit den Kindern, die schon im Lande sind, die nicht genug Deutsch können und ich glaube, es ist eigentlich eine ganz logische Sache, sagt der Hausverstand, dass man Deutsch ausreichend beherrschen muss, um dem Unterricht folgen zu können und da setzen wir eben mit diesen Deutschklassen, Deutschförderklassen und der damit einhergehenden Deutschpflicht eine Maßnahme, die dazu führen wird, dass also Kinder sich leichter tun werden, Deutsch zu lernen. Wir gehen davon aus, dass beispielsweise ein Volksschulkind im Alter von sieben, acht Jahren innerhalb von einem halben Jahr oder vielleicht auch maximal einem Jahr ausreichend Deutsch können wird, um entsprechend dann dem Regelunterricht wieder folgen zu können. Es ist durchaus ein gesamtösterreichisches Phänomen, Fokus natürlich auf die Städte, mit dieser Klausel, dass man erst ab acht Kindern pro Schulstandort eine solche Deutschförderklasse einrichten muss, haben wir aber genügend Möglichkeit geschaffen, dass wir den Schulen autonom die Möglichkeit lassen, zu entscheiden, wie sie das ausgestalten. Die SPÖ, die hier gemeinsam mit den Grünen seit Jahren tag eine falsche Politik macht, wehrt sich natürlich dagegen. Wir sind aber der Überzeugung, dass dieses Modell sehr gut funktionieren wird, das bestätigen uns auch entsprechend die Experten, dass man mit gezieltem Deutschförderunterricht viel besser fahren wird, als wenn man das nebenbei macht und damit alles behindert.